So, dann gibt es hier mal eine 10er Runde, 1 Euro Einsatz. Löffet ja wieder mal sehr umwerfend. Das war eine ganz große Klasse. Und heute drehen wir mal hier ein paar Runden. Mal gucken, ob es ein paar Freispiele gibt hier für uns. Oh, es ist neuer. Oh, es ist ein paar Runden. 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 Aber in Jena kommen wir da nicht sehr weit. Aber in Jena kommen wir da nicht sehr weit. Das war ein paar Runden. Oh, wir sollten nochmal weg sein. Das zündet mich. Schauen wir aber hier kurz rein. Hier was zu holen ist. Ah, kaputt. Gelbm Imagina Schoches Ga assim, hier ist das Hagen von Posa. Was wird denn das hier bei der Karriere ist? Ein paar mehr brauchen wir einfach mal eine Kiste vollkriegen. Ein paar fehlen da noch. Zwei in der Mitte, zwei rechts. Zwei sind schon mal voll. 20 Stück Blitzen da rum. Oho, kicken wir sie uns an. Los. Oho, das ist schon mal vollkriegen. Oho, das ist schon mal vollkriegen. Oho, das ist schon mal vollkriegen. Das war doch gar nicht so übel. Naja, lassen wir uns den Spaß mal auszahlen. Wir brauchen jetzt ein bisschen was. Und wir drehen mal hier eine Runde. Gehen mal 4 Euro. Safe choice. Mal gucken, ob ihr was startet. Die erste Blechkiste. Nur die Symbole sind ganz die besten. Oho, 154. Hier kommen wir. Was ist denn Rauch? Ah, Rauch. Oh, der nächste. Der bringt noch nix. Das geht mal kurz. Sollte. Oho, der nächste. Das geht mal kurz. Ja, ich weiß, was ich. Und das geht mal kurz? Ich habe das, was ich nicht. Ich weiß, das übel. Oh, das ist das Gerne, aber noch nicht. die Uhr macht da jetzt ein paar Dollarscheine 66 Komlotz falsche Richtung das macht er nicht da kriegen wir ja noch was hin jetzt wird es schon wieder teuer jetzt kommen wir Wagen mit normal jawohl 100 sind wir uns schon mal sicher da das ist schade Oh, da gibt es noch einen. So, lass mich raten, ich kriege es leicht für einen Euro in der Knie nicht. Sollte mich ohne, wenn wir da mal drücken. Das muss ich auch machen. Tja, das wird nichts. Nix, 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 finito, bleib neben der Kiste. Jetzt kommt es. So, ein Glow oder von der Seite. Wir wollen der Wunder zu wechseln. So, wir drehen mal wieder in der Wunder. Los, the 80 days travel. Das rote Sample Zeug, da brauchen wir nicht. 16. Und er schreddert. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Das sieht wieder aus. Ich fasse dich. Mit Rumi. Geil. Sehr schön. Das ist doch ja nicht mal so schlecht. Hätte uns schlechter werden können. So, und dann geht's hier weiter im Text. Der scheint nicht so richtig zu wollen hier, oder? Geht nur mir das so. Ja, das haben wir doch nicht nötig. Spielen wir was anderes. Ganz einfach. Und heute schauen wir doch mal hier rein. Mal gucken, wann es so abjähnt. Spielen. 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 Ah, du könnt ja mal langsam eh nach vorbeischauen hier. Ah, durchgefletzt. Der bringt noch nichts. Jetzt noch ein Stück weiter nach links. Schade. Das war schon wieder ruhig. Spaßbremse. Und heute, wo am I in a wanna? das sind ja noch mal ein paar freispiele auch nicht und ein oder 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 und der dritte Ah, wen hättest du da noch machen können? Das sieht ja hier heute nicht nach freispielen aus Einmal nix Schade, schade Oh, we're gonna get this my inner one now Oh, we're gonna get this my inner one now 20 Jawohl Na 20 will er nicht Jetzt gelassen Den nehmen wir so hoch Na ja Lief doch besser als gedacht Lief doch Lief doch Lief doch .... ... ... ... Dann soll es da gewesen sein und wir machen mal hier einen kleinen Ausflug 10 Flip und nicht ganz so dolle 2 sollen reichen. Komm schon, nicht so viel auf einmal. 3 Glocken. Nur so ein Moix. Auch nicht. 13. Er geht nicht weiter. Tja, wie so oft. Einmal nichts. Und eine Runde Lord of the Ocean. Ein Euro Einsatz. So, das ist... So, das ist eine Runde. Stark angefangen und stark nachgelassen oder wie? So, nochmal 3 Glocken. Niedlich. Bühne. Ja. Abwehr. 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 Und dann darf ich... Ich bin schon. Abwehr.